Hallo, ich bin Florian Brucker, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Scalable Capital. Scalable Capital ist ein digitaler Vermögensverwalter. Wir stellen für unsere Kunden global gestreute ETF-Portfolien zusammen und managen die dann mit unserer Risikomanagement-Technologie. Wir haben uns von Anfang an entschieden, das Ganze wirklich nicht nur als Vermittler anzugehen, sondern wir sind selbst Finanzdienstleistungsinstitut, BaFin reguliert und haben auch die ganze Technologie selber gebaut. Scalable Capital hat seit der Gründung Ende 2014 jetzt über 10.000 Kunden gewinnen können. Wir managen über 400 Millionen Euro. Was uns sehr stark unterscheidet von der traditionellen Banken- und Versicherungsindustrie ist, es gibt keine versteckten Kosten, es gibt keine Rückvergütungen. Dann unterscheidet uns diese Individualität. Also man kauft nicht einfach einen Fonds und der ist für jeden gleich, sondern das Portfolio wird wirklich gemäß der individuellen Präferenzen verwaltet. Was wir bei Scalable Capital früh erlebt haben, das war jetzt nicht geplant, aber die Behörden sind sehr effizient hier in München. Wenn wir einen Mitarbeiter aus dem Ausland holen, dann sind die Prozesse sehr schnell und effizient. Man hat innerhalb von wenigen Tagen eine Blue Card. Das sind alles Dinge, die kann man nur weiterempfehlen. Pläne für die Zukunft. Also wir wollen jetzt kein Unternehmen werden, das hunderte Mitarbeiter hat, weil es soll ja sehr viel automatisiert sein. Wir sehen aber schon weiter Bedarf an Softwareentwicklern, um unsere Plattform weiter auszubauen. Wünschen würden wir uns noch ein bisschen mehr Hilfe von der Politik, den Fachkräftemangel zu lösen. Gerade auch das Studium der Informatik attraktiver zu machen für beide Geschlechter. Wir sind aber da guter Dinge. Unser Nachbar ist ja das Wirtschaftsministerium, dass wir da gemeinsam diese Probleme angehen und dass wir weiter schnell und erfolgreich wachsen werden hier in Bayern.